So, hallo, wieder da mit... War smileditoril spy Mit Jan und Marco Dat will ich jetzt mitdrapa usaage mit wem oder bur capitalism wie haben wir Existenz water landwertoren wie es also das klinge Linke da eurer inlesen New all BLM all 없 prerequisitiert hier die Zombies rein. Ich. Saui. Jan. Ja. Ich hab mich grad ein bisschen geräuscht, weil das hat sich ein bisschen komisch angehört vielleicht. Das erinnert mich an den zweiten Part bis jetzt die Stelle. Zweiten Part, zweiten Teil. Meins. Ja. Meins. Oh, hallo. Meins, das ist eigentlich der gleiche Flughafen? Nee, das ist eine andere Stadt, oder nicht? Im zweiten Teil ist ja gar kein Flughafen. Doch. Nee, das Kaufhaus ist das. Ja, hab ich aber grad daran erinnert. An einem Flughafen ist ja auch immer ein Kaufhaus, im Prinzip. Oder an einem Kaufhaus? Doch, an großen Flughäfen ist meistens ein Kaufhaus. Alleine schon der Berliner Bahnhof ist schon auch eins. Hallo, ich hab den Arm abgeschlagen. Ja, guck dir mal einen Frankfurter Flughafen oder so an. Ja, ich war da schon. Aber da hab ich jetzt kein Kaufhaus gesehen. So viele Läden wieder nebenan, da sind man. Ja. Ist aber trotzdem Flughafen kein Kaufhaus. Ja, aber so gesehen halt mit den ganzen Läden. Außerdem ist das ja gut gefeuert. Ich hab's beim Scheißen erwischt. Oh, Charger. Renn halt nicht immer so weit vor. Ja. Das war auf einmal ein Charger um die Ecke. Um die Ecke steht. Ohne Spaß. Ich komm hier raus. Sprachfehler. Um die Ecke steht. Ich komm raus und es steht hier, da wo ich stehe. Und läuft das immer los. Ich instant frei bin. Läuft. Ich lade nach. Hauptsache es fliegt durch Zoe. Hä? So, wo soll ich's hinwerfen? Einfach runtergeworfen. Was schießt du mich an? Weiß ich, ich wollte auf das Ding schießen. Ja, kommt erst mal hier runter. Ja. Ihr seid klug. Das war ich? Ja, stell ich da mal rein. Ja, komm hier, ich fahr los. Oh. Hä, du hast mich ja nicht mal getroffen. Du, mich aber. Ich hoffe, du wirst vom Auto überfahren. Auch diese Logik, ne? Oh, sorry. Wieso? Wie das Auto fährt. Es fährt hier einfach durch die Koffer durch. Wow, Charger. Hinter euch. Ich kann mich erinnern, hier mischt ihr Munition nie. Ja, und Waffen zumindest. Waffen. Alter, sind meine Lippen trocken. Denkenschluck. Naja, gleich. Nur ich hab nixiert, warum warte ich jetzt erst, bis der Part zu Ende ist. Oh, nie, oder ne, Waffen. Lagt auch irgendwo ne Schrot, oder lag da nur? Nein, nur das Ska. Nur das Ska, nur die Ska. Dann warte ich aber, hier habe ich grad mehr Lust drauf. Ich geh' ja gern die M4, äh. Warte, mein Name ist grad sowas von dem Keller. Wird schlechter als sonst immer. Hier sind Pillens. Hab ich schon. Ja, ich bin direkt da, wo wir glaub ich auch hin. Oder wo muss man nochmal... Nee, doch. Ja, doch, ich bin richtig. Da ist ne Autopumpe. Oh, geil. Das war so still da. Ja, schon mal. Also, war still da. Ich hab's. War ich nicht. Da ist ein Charger. Aua. Warten, hier. Hier ist noch Munition. Und ne M4. Aber ich glaub, ich bleib jetzt bei der Autopumpe. Glaub ich auch. Da muss ich wenigstens nicht so treffen. Irgendwo ist ein Smoker. Aber ich glaube, es wär schon praktisch... Oh, das ist bitter. Es wär schon praktisch, wenn man trifft. Ne, wenn man in einer ne Waffe hat, die schon auf Distanz ist. Aua. Du mal. Aua. Dann nehm ich mir gleich ne Doppelpistole, wenn ich jetzt eh die Autopumpe hab. Wenn ihr Pistolen findet, sagt nur Bescheid. Da hinten lag eine. Aua. Ja, da ganz hinten. Aber da ging jetzt niemand nochmal zurück. Wo wir hier hingekommen sind. Komm mit. Alter, sind hier grad viele. Ah, nee, das ist so weit jetzt. Ja, doch, hier liegt... Ja, das war da hinten bei der SCAR. Ja, das weiß ich ja, das meinte ich ja. Mit so weit glaube ich jetzt nicht nochmal zurück. So, warum hast du ihn nicht mitgenommen? Ja, weil ich da noch nicht dran gedacht hab, dass ich jetzt ne Autopumpe finde. Was ist denn hier im Burgerladen? Pillen. Und was liegt's hier noch? Hey, wie kommen denn jetzt Zombies von hinten? Ja, und nicht. Hier, komm. Vorne nach so nem Loch, denk's da. Ich könnte schwören, die sagen manchmal was. Da ist ein Charger drin. Ja, in den ganzen Zombies. Der wurde von den Zombies geblockt. Find ich gut. Da ist ein Hunter und ein Hunter. Der lebt noch. Ja, und hat direkt Zoe beflügelt. Hätt ich aber auch gemacht, an seiner Stelle. Steig mal ein Medikit nehmen. Sag mich noch ein bisschen mit Pillen rum. Oh, was ist denn hier los? Dunkel, dass da mal in solchen Räumen ist. Ja, ne. Ich will in die Toilette. Wie viele Nahkampfkriebs ich jetzt grad gemacht hab, ne? Ich glaub, die ganze Zeit, die ganze Stelle, seitdem ich oben war, hab ich nur mit nem... mit nem Cricketschläger gekillt. Weil man sieht auch wirklich nur so viel. Da kam wieder ein Charger. Alter, was ist denn heute los? Es sind so viele Charger die ganze Zeit. Und keine Tanks. Ja, und keine Tanks. Ja, doch, einer. Der hat sich selber gekillt. Wie hab ich denn den Boomer? Oh, das war ungewollt. Wie viele? Das sind grad irgendwie echt kein Ende, ey. Das stört ein bisschen. Da kommen noch Muni. Alter, ich will gleich mal, jetzt schweig, gucken, wenn da hoffentlich steht, da wie viele Nahkampfkriebs man gemacht hat. Nein, Jockey. Hilf mir. Ich brauch nen Medikit. Oder Robin, gib mir deine Pillen, bitte. Hä? Warum kann ich die nicht geben? Echt? Klick einfach. Ne, ging nicht. Ich konnte die an die nicht geben. Das war's doch mal rumgestellt, oder nicht? Nein, ich hab's doch auch mit F-Versucht. Geh mir nicht einfach zum Schutzraum. Hier ist ein Medikit übrigens, Jan. Oh, wie oft ich abgeschossen werd von euch, ne? Das ist zu schade. Jan, da ist ein Medikit. Ja, ich seh's. Aber... Ich glaub, ich hab's... Jetzt, meine Schaden. Oh, nein, Mann! Oh, 7 HP noch, Alter. Ich seh nix. Nein, der Boomer, wie viele kommen denn hier? Wie viele kommen denn alleine aus dem Schutzraum? Ach, wer ne Pipe braucht, und wer für denn ne Pipe braucht? Hey, hier ist da ein Schutzraum. Ach, Tütze. Oh Gott, Alter, was für ein Chaos. Alter. Alter, Zoe, Alter, was geht denn mit ihr? Ich glaub, die hat jetzt grade ziemlich... Ja, Mann! Und in 15er. Ich hab... mehr Nahkampfpilz jetzt durch Schusswaffen gerade gemacht, jetzt in der ganzen Runde. Was haben sie denn hier gemacht? Wie wird denn hier noch so? Hier hängt ein Bild aus. MS? ECSS-Autopumpe. Marco? Dieses Face-Mask-Ding hier erinnert mich irgendwie an Fallout. Guck mal. Komm, lass mal rausgehen. Ich will jetzt die Szene sehen. Die Szene ist nicht übel. Ärst du bereit? No! Halt durch, Leute! Dann guck mal an die Himmel, guck mal an die Himmel! Warte, warte, warte! Run, nigger, run! Da hinten? Da, vorne, da vorne. Oh, das sieht so schön aus. So anmutig. Er landet. Wie ein Schwarm. Wer jetzt das Licht anmacht. Ein behinderter Schwarm. Ich frage mich echt, warum der so behindert landet. Außer Kontrolle. Vielleicht hat er keinen Flugschein. Und kann nicht mit Maschinen umgehen. Ist ein Zombie gewesen. Ja. Ja, kann ja sein, dass er infiziert war. Und dann in dem Moment gerade zum Zombie geworden ist. Möglich ist alles. Das Spiel mir, wenn wir sagen, dass er mit Glück schlägt. Vor allen Dingen, guck mal, wie hier eigentlich auf dem scheiß LKW eine MG-Stellung ist ohne MG. Ja, wahrscheinlich mitgenommen. Das ist aber scheiße für uns. Aber ich liess ihn schon wieder in den Rücken von euch noch. Nee, ich nicht. Ihr hattet 82 AP, jetzt hab ich schon wieder nur 77, weil mir irgendeiner von euch angeschossen hat. Er war ein Zombie. Mich hat kein Zombie geschlagen, das kann ich dir sagen. Oh, hier ist Munition. Warum nur? Und M4. Alter, ohne Spaß hat viel will mir echt sagen, ich brauche einen Cricket-Schläger. Adrenalin. Ich gehe aus dem Schutzraum raus, liegt ein Cricket-Schläger. Ich gehe hier, liegt ein Cricket-Schläger. Und mit dem Schutzraum habe ich erst meinen Cricket-Schläger los. Will einer die ganze Scheiße hier verteilen? Ja, ich mach. Schau mal, hier einen hin. Warum ist Schätzung? Ich sag doch, die sagen manchmal was. Ja, können wir. Ja, ruhig. Helft mir mal, Alter, vielleicht. Nein. Ich merke schon, wie mir keiner hilft, der hier sparten. Guck mal, wie der Zombie da oben sitzt. Ja, dann schießt er noch. Seht ihr, die ganzen Sachen, die ich hier liegen habe, müsst ihr auch ein bisschen drauf gucken, auf die ganz kleinen Dinger, auf diese Flaschen. Ah ja. Kann ich? Ja, komm. Ja, ja. Dann gehen wir unten und dann gehen wir hoch. Ich gehe auch, wie immer. Keine Hand zum G. Nee, das ist mir zu gefährlich da unten. Ungefährlich. Ja, zu ungefährlich. Hier gab es schon eine Pistole, oder? Nein, eine Diegel. Nee, egal. Da ist ein Jockey schon. Ey, da ist ein Jockey. Da war ein Jockey. Nein, da ist immer noch einer. Nee, da ist der noch. Jetzt ist der weg. Oh, ein Splitter. Brot. Ey, die alle da hochklettern. Da hinten ist ein Handteil. Das habe ich nicht. Nein. Jan braucht gar nichts machen. Na doch. Ich habe ja schon einige Trommys aufgeschossen. Aber wenn wir diesen konzentrieren, die auch nicht sagen. Nein, der 4 ist einfach eigentlich beste Waffe gerade. Oder im 16. Was auch immer dort jetzt genau. Ah, das wird in einem 16 sein. Der hinten ist ein Jockey. Da ist der. Der hinten ist ein Smoker. Oh, der Jockey geht jetzt. Ah, der ist ja auch noch medisch, der Smoker. Ah, Mann. Wie der Zombie schlägt, nicht dadurch verziehe und den Smoker nicht töte. Ist doch egal, wer den tötet. Ah, ich wollte den aber killen. Ah, der war nice gekillt. Ah, eine scheiß Streukugel. Egal. Oh, Hunter direkt vor mir. Der über mich drüber schlägt. Der war nice gekillt. Da haben wir mal so einen töten. Ah, Spitter. Gott sei Dank. Scheiß, Alter. Tank? Ja, Tank hinter uns. Lade nach! Lade nach! Kann doch nicht wahr sein. Unser erster. Da ist noch ein Smoker. Und ein Charter. Marco mir einfach mal voll durch die Kugel nachgeläuft. Boah, ist der Schlechtzug, der geht schon langsam mal voll. Was? Ich hab den doch erschossen. Ja! Ich steh in mir. Da kommt Jockey, da kommt Jockey. Hunter! Hunter! Ich kann mich mal kurz durch. Das wollte ich mir ja nicht noch für später aufheben und woanders hinlegen. Ist auch egal. Das müsste eigentlich gleich mal voll sein. Da. Hälfte. Ja, lol. Ja. Also bis jetzt kam aber noch nicht viel, also... Nein. Ja. Hier ist irgendwo ein Hunter. Der Jockey da. Der Jockey. Ah, das ist immer noch der gleiche von gerade. Keiner, keiner erwischt. Ist ja egal, solange man sich angreift. Sondern da hinten an dem Teil rumspastelt. Da hinten kommt ein Spitter, Bayern. Da hinten kommt ein Spitter. Da hinten kommt ein Spitter. Spitter! Ein Smoker ist hier irgendwo. Ja, bei mir auf der Seite. Wow, ihr habt mich schon wieder. Ich bin so schlecht im Ausweichen. Ja, die hat so gekampft. Das komische ist immer, wenn ich den scheiß Ding enttöten will, geht mir die Muni aus. Da kommt das Spitter. Da war das Spitter. Ja. Charger hinter uns. Am Flugzeug hacken. Ja, nehm ich noch weiter mit. Im Mono. Ich hab noch ne Pile. Tank, musst du mal ne mitmachen? Tank, komplett groß. Von der einen Seite von dem Charger komplett auf die andere Seite mitgenommen werden. Guck mal. Guck mal. Irgendwann noch was. Ja, jetzt ist er voll. Hey, da ging die andere Hälfte jetzt aber auf einmal schnell, weißt du. Mich davon erschlagen lassen. Ah, außer ich hätte es noch schon wieder von euch abgeschossen. Ich will ans Fenster. Hauptsache das ist ein netzes Feuer. Ich will einfach nicht mitmachen stehen. Ja, mach den Flugzeug ja recht. Ja, doch, den Reifen. Der Gummireifen. Ja. Metallreifen. Die ganze Fahrbahn kaputt, wenn da so ein Flugzeug landet. Ja. Ja, so. Wobei, ne eigentlich nicht. Doch, klar. Aber nicht so komplett. Ja, kommt drauf an. Wie schwer so ein Flugzeug ist. Ja, trotzdem kommt drauf an. Wenn es relativ gerade aussieht, würde nicht der komplette Asphalt wegreißen. Wären trotzdem Löcher gerissen. Ja, natürlich. Also man kann sagen, es ist kaputt. Aber es würde kein tiefes Loch reißen, wenn es jetzt gerade aussieht. Ja, das ist klar. Ich habe fünf Schmerzmittel geschluckt. Ja, ein Nachkampfkills. Paco 5. Ja, ich habe ihn kurz vor einem Schutzraum gemacht, als ich mir die ausgegangen habe. Alter, wie viele Charger gab es? 10, 14, 15 Charger, Alter. Und Tanks zwei oder so. Ja. Ha, wir haben sechs mehr. Meine Genauigkeit ist schon voll am Arsch. Alter, ich habe 40. Du hast im Abstand die meisten Verbündeten getroffen. 40? Alter, Zoe. Ja, Mann. Besser als genau als Robin. Genau, ich kann insgesamt. Kopfschüsse war ich am besten. Besser als ihr beide zusammen. Nein, also... Nein, hä? Ein Prozent mehr als ich, ich weiß. Besser als ihr beide zusammen. Vielleicht hätte Robin ja ein Prozent gehabt. Verbindung unterbrochen. Verbindung zu Steam wurde unterbrochen. Ja, nein. Ich bin aber noch on. Ja, ich auch. Dann bin ich wahrscheinlich nicht. Ich bin auch noch on. Steam Beste. Nice. Äh, dann kommt jetzt Blutdurst. Ja, hat Hoffnung noch laufen. Aber... Ich mache jetzt kurz noch Lobby. Aber wir verabschieden uns jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal. Ähm... Und, äh, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.